Äh, sieht schon nicht schlecht aus hier mit, mit, äh, ich geh sterben, aber jetzt ging's gerade noch so. Okay. Ja, Alfred finden wir schon. Mach dir mal keine Sorgen, Bruce. Das wird schon. So, wenn wir hier wieder lang gehen und dort und überall, überall dort, wo Platz ist. Wo ist Mr. Freeze, wenn wir hier mal drauf? Weißt du, er könnte jetzt hier alles schön abkühlen, aber nö. Ist jetzt einfach mal nicht da. Wirklich schön, dieser Kontrast, eben war noch alles okay. Und, äh, jetzt halt nicht mehr. Die Bibliothek können wir nicht zu öffnen. Ah, hier haben wir was. Öffnen wir halt den Lüfterungsschacht, den er vorsorglich hier am besten in jeden Raum angebracht hat. Damit, äh, man zur Not hier sagen kann, jo, ne, wir haben einen anderen Weg gefunden. So, einmal hier hoch. Oh, 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 neun bewaffnete Gegner. Boah, ja. Das wird ja jetzt lustig. Gut, die Frage ist, wie kommen wir jetzt am besten zu diesen Aussichtspunkten? Ohne, dass ich da auch noch gesehen werde und sowas. Ich weiß ja nicht. Verdammt, Alfred. Ja, da ist Alfred. Ich hab's befürchtet. Gut. Wir gucken mal. Wir gehen mal da rüber. Gucken mal, ob hier einer vorbeikommt. Der da zum Beispiel könnte hier mal vorbeikommen. Wenn er hier immer so freundlich ist. Warten. Ja, ja, Mr. Freeze. Du mich auch. So, warte. Warte. Komm, noch einen Schritt näher. Dann kann ich dich aufhängen. Komm schon. Nein? Okay, dann müssen wir Folgendes machen. Wir müssen doch da rüber. Und können ihn dann halt von hier aus ausschalten. Weil hier kommt auf jeden Fall hin, denke ich. Komm. Jetzt komm ran hier. Gibt's das? Ja, doch. Jetzt kommt er. Und... Ausschalten. Schrei nicht so rum. Also wirklich. So, das hätten wir. Die sind da erstmal abgelenkt. Wir haben dann hier... Drüben hätten wir nochmal so einen Kandidaten, den wir hier irgendwie ausschalten könnten. Eventuell. Wenn der jetzt hier mal vorbeikommen würde. Wäre echt super. Was zum Hänger geht davor? Der nimmt keine Ritzen ab uns. Also nimmt auch keine Ritzen ab ihn. Ach, laber nicht. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach... hier runter gehen und mich von hinten zu an ihm anschleichen. Ob das auch so klappt. Ja, sieht gut aus. Okay. Und wieder ab nach oben. Muss wieder weg hier. Jetzt darf mich keiner sehen, sonst erschießen sie Elfwirt. Oder muss er nicht sein. So, ein Gleittritt ist glaube ich zu laut. Das lassen wir mal lieber. Ähm. Der hier ist glaube ich mein nächstes Ziel. Die Frage ist halt jetzt nur... Wie machen wir es am einfachsten? Da ist er. Gucken, ob hier irgendwo einer in der Nähe kommt. Nö. Dann schalten wir ihn mal aus. So weit, so gut. Nö. So, gehen wir mal wieder auf die andere Seite. Weil da haben wir auch noch mal ein paar. Wir haben jetzt drei von sechs... äh, von neun ausgeschaltet hier. Sind die meisten jetzt unten. Einer klettert da drüben hoch. Können wir ihn vielleicht auch da drüben ausschalten. Nein, das war einer zu weit. Warte. Ne, er klettert da wieder runter. Okay. Gut, war ich zu langsam. Gut. Aber irgendwie kriegen wir das hin. Ah, ist er wieder. Die haben jetzt die Leiche entdeckt. Warte, warte. Wir warten bis sie sich aufteilen. Genau, verteilt euch. Macht das. Do it now. Sucht überall. Alle laufen erstmal aneinander vorbei. Das ist okay. Gut. Wir sind jetzt noch zu viele Gegner hier auf einem Fleck. So, jetzt aber... Können wir zumindest ihn ausschalten. Ah, shit. Wurde ich voll entdeckt. So, das ist das. Dann raus aus dem Nebel. Und weg hier. Gut, ich dachte, die erschießen dann sofort hier den Elfward. Aber dann macht das Ganze doch schon die ganze Sache etwas einfacher. Eine ganze Ecke einfacher. Da hätten wir... Ah, komm wieder hoch. War eine falsche Taste. Wir können doch hier einmal ihn hier abschneiden. Genau, da hätten wir da einen Platz mal frei für, wenn irgendwas sein sollte. Euch hier kann ich mal kurz ärgern. Mit dem quietschen eine LT-Taste hier. Okay. Und auf ihn treten wir einfach mal rum. Weil es kann. So, erledigen. Und wieder noch ab nach oben hier. Nein, ich bin gar nicht hier oben. Das sieht nur so aus. Ich bin nämlich weg. Die KI ist nämlich immer noch so dumm, dass ich sagen kann, ich schwinge hier einfach von A nach B. Und irgendwann haben sie mich aus dem Sichtfeld. Jetzt haben wir nur noch vier Gegner. Da kommt einer hoch. Da ist auch einer oben. Erledigen wir erstmal ihn. So, komm. Okay. Friss die! Damit du am Boden bist. Ja, da kommt der Nächste. Leck mich fett. Auch erledigen. Denn ich bin Batman. So, jetzt haben wir nur noch einen. Ja, dann easy going, ne? Einfach mal ran da. Muss ich nur rankommen. Zack. Wee! I believe I can fly. But it's only lighten. Ich muss diese Leute in Sicherheit bringen, aber das Wappen der Waynes blockiert den Ausgang. Oh nein, das Wappen der Waynes. Was tun, was tun, was tun? Erstmal mit Elf will reden. Ich bin auf den Weg nach draußen. Sie müssen das entfernen, damit wir entkommen können. Na, machen wir das mal. Ne? Freut sich nur wie? Einfach schieben. Okay. Batman ist so stark. Er schafft das einfach so. Unglaublich. Du hast diese Schläger für mich zerlegt. Jep. Ganz klar. Leise. Sie halten Ferris Boyle im Nebenzimmer fest. Ich glaube, sie wollen ihn töten. Na, das müssen wir verhindern. Wo ist Ferris? Da. Hey, was geht ab? Schön, das war eine falsche Tasse zum Rennen hier. War nicht schlimm. Ich schaff das. Ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich schaff's. Alter, jetzt ist gut hier, ne? Betäuben machen wir später, wenn wir es wirklich nötig haben bei einigen Gegnern. Jetzt ist gut, ne? Immer kontern, immer kontern. Das hat früher eigentlich immer sehr gut funktioniert, ne? Wenn man eigentlich fast nur die ganze Zeit kontert. Nur man muss es halt tatsächlich tun. Und diese Messer-Typies, ne? Ich kotze gleich. Bin echt raus aus dem Spiel, so mehr oder weniger. Von ganzem Gameplay her halt, ne? Was? Schön drauf hier. Ja, shit. Hit kassiert. Und wenn ich jetzt nochmal einen Hit kassiere, dann bin ich echt hinüber. Aber gerade so noch geschafft. Jeder Kampf hier ist immer wieder aufs Neue, weißt du so. Oh shit, oh shit, oh shit. Da kommt hier einer mit so Elektro-Dingens. Äh, das fängt ja gut an. Los, komm. Und ich bin es einfach nicht gewohnt, dass ich in diesem Spiel halt einfach wegdrücken muss und Y halten muss. Weil sonst bin ich es immer so gewohnt, dass er in den richtigen Moment halt drücken muss und sowas. Aber hier halt einfach nicht. Damit komme ich einfach nicht klar. Deswegen habe ich damit auch so extreme Probleme. Obwohl es halt an sich wesentlich einfacher gemacht ist. So vom Sinn her. Aber nö. Einfach mal nö. So, der ist weg. Der hat mich geschockt ein bisschen. Du kannst jetzt bitte mal... Genau. Au. Was? Was? Warum? Ich hatte doch noch so viel Leben. Du mich auch. Gut. Dann halt anders. Sind jetzt wieder hier. Müssen die ihn jetzt hier nochmal befreien. Aber vielleicht hilft es dann auch, dass ich hier ein bisschen besser so nach und nach mit dem Kaffsystem mal wieder werde. Ich meine, ich war nie gut. Aber... Eher schlecht. Aber ich kriege das irgendwie hin. Was mit dem Konter? Ich bin da so raus. Habt ihr gesehen? Ich hab den mit dem Messer gekontaktiert. Das ist unglaublich. Das ist jetzt so selten, dass ich das schaffe. Dass die Konzentration dafür da ist. Aber es wird schon. Und ich denke, ich schlage mich jetzt schon ein bisschen besser als zuvor. So, komm. Schalt aus. Nein. Okay, dann nicht. Okay. Also es ist jetzt nicht andersweise so knapp wie vorhin. Das kenne ich schon. Ich möchte das überspringen. So. Und jetzt auf euch hier. Kannst du nur sein lassen hier. Also wirklich. Alter. Jetzt, jetzt wieder, weißt du, es sind weniger Gegner und ich komme einfach nicht klar. Und dieser Stromfuzzi, ne? So. Muss ja von hinten attackieren. Irgendwie kriegt das hin. Alles, komm. Du lässt schön die Waffe fallen. Nein. Hat der mich am Ohr gekratzt. Oder irgendwie sowas. Ja. Aus irgendeinem Grund bin ich jetzt schon wieder tot. Ja, ja, du mich auch. Du mich auch. Das fängt ja schon gut an hier, ne? Das fängt echt schon gut an. Das ist wieder typisch Mammut bei Batman spielen. So muss es sein und nicht anders. Würdest du bitte den mit der Waffe angreifen? Danke. So, alle Mann weg hier, bitte. Hat der andere Waffe aufgehoben hier? Das geht ja nicht. Alter, ich habe Y gedrückt. Sowas von. Ich hoffe, man hört hier nicht, wenn ich hier so extrem auf den Controller kloppe. Wenn doch, dann tut es mir echt leid. Kann ich nicht ändern. Das ist weg. Du kannst mich mal gern haben hier. Okay, gleich hätten wir es. Dann halt gleich noch die drei, die jetzt gleich kommen hier. Weiß ich. Ich komme erst mal hier raus. Und dann mal gucken. So. Einfach mal schön auf den Elektrofuzzi. Der hat den Stab fallen lassen. Das ist schon schön. Das heißt, ich habe jetzt schon mal einen kleinen Vorteil gegenüber den 100.000 Gegnern hier. Die eigentlich nur drei sind. Darf ich halt nur nicht zulassen, dass die den Ding wieder aufheben hier. Und dass ich Konter. Lässt du den liegen? Danke. Können natürlich auch mal die Schockhandschuhe benutzen. Das will ich jetzt gerade gar nicht. Ich will mir das... Das bringt ja nichts, wenn ich mir aufhebe. Die bleiben mir nicht aufgeladen. Egal. Na super. Die Tür ist zugefroren. Ich kann den Ballsaal nur über den Balkon betreten. Na, mach das mal. Aber mach es richtig, ja? Hier muss ich dann... Geh ich mal rein, ne? Breeze ist weg. Einer von Pinguins Männern wird wissen, wo dieser Hubschrauber hinfliegt. Na, dann gucken wir mal. Der Herr Mosen, der Herr, ist doch jetzt egal.